liebe freunde der spanischen immobilien hier an der küste willkommen zurück zu unserem kanal auf von alicante real estate auf youtube wir sind heute in cabo server das ist ein teil von la mata ist ein teil von torre vieja liegt ungefähr in der mitte das ist dort wo der strand von la mata beginnt wenn ihr regelmäßig unsere video seht wisst ihr genau wovon ich spreche und wir haben das große glück heute ein einzimmer apartment in los leandros zu zeigen das ist hier die organisation die super bekannt einige nennen diese gegend sogar einfach los leandros weil die recht groß ist und wie gesagt sehr bekannt wir stehen hier gerade am gemeinschafts pool das ist der hier unten und übrigens ganz kleines ding nebenbei heute ist der 17 11 10 uhr ziemlich genau ich kann die jacke jetzt nicht abnehmen weil das mikrofon da gerade aber ansonsten würde ich sie abnehmen so wunderschön waren gerade muss ich meine lesebrille auf ich glaube 18 grad steht hier gerade und das so frühmorgens gut von hier aus kann man auch das meer sehen daran sieht man wie nah wir am meer dran sind der strand beginnt ungefähr dort wo auch die ersten geschäfte sind hier gibt es auch einen kleinen supermarkt ist ein ganz tolles restaurant hier unten boga wandte das haben wir auch schon ein paar mal gezeigt und es ist einfach eine tolle wirklich begehrenswerte und begehrte urbanisation wohnsiedlung wohnanlage wo die leute gerne eine immobilie haben es gibt übrigens noch einen geschlossenen parkplatz dazu in der garage lasst uns das ding mal anschauen kommt mit es ist wirklich wunderschön hier abgesehen von dem tollen wetter ich habe gerade das mikrofon umgelegt kann ja meine jacke ausziehen wir haben letzten 31 grad gehabt ich saß auf unserer terrasse hat mich gesandt und das im november ist unglaublich dafür war der oktober nicht so schön wie sonst normalerweise haben wir auch einen sehr schönen oktober hier diesmal war das doch sehr durch wachsen leider hat es nicht geregnet wir brauchen regen hier also falls ihr in norddeutschland sitzt da regnet es ja sehr viel gebt uns ein bisschen ab so hier sind wir jetzt vor dem apartment hat klimaanlage hier ist eine kleine terrasse sie ist nicht allzu groß aber es ist auch ein kleines appartement wir brauchen hier keine große terrasse also hier kann man bequem zu zweit zu dritt auch wenn besuchte es zuviert sitzen man kann sich ihren kleinen schrank machen was viele machen es gibt einige die haben auch von hier bis hier nochmal eine glaswand gesetzt um das ein bisschen abzutrennen und dadurch das wohnzimmer ein bisschen größer zu machen was man eigentlich nicht braucht glaube ich nicht es muss hier ein bisschen was gemacht werden es ist doch noch weil wie man hier sagt in sehr original zustand es gibt hier einen kleinen kamin wie man hier sehen kann mit fernseher und so eine kleine ecke das hier wohnzimmer normalerweise sind die stühle und so draußen auf der terrasse das heißt man hat hier ein bisschen mehr platz und auch der sonnenschirm süden ist dort das heißt man hat hier morgen sondern dann geht die sonne rum und hier die küche ja auch original also wenn man ein bisschen geld übrig hat hier eine neue küche rein setzen wir nicht verkehrt und auch die elektrogeräte austauschen ich sehe an den marken und am zustand dass sie auch schon alle ein bisschen älter sind aber das ist okay hat zumindest eine vitro vitro seran kochfeld genau vitro ist auch spanisch seran kochfeld sonst zauber abzugs und zaube hier ist viel stauraum wenn man die erneuert man kann auch nur die türen erneuern lassen das geht auch das ist dann bei weitem günstiger aber es ist sowieso günstig in spanien so was machen zu lassen helfen wir übrigens wir haben alle kanterino unsere renovierungs firma wir können das alles für sie machen und zu sehr günstigen preisen wenn sie bei uns kaufen ist der preis sogar noch besser kann ich dann weiter geht kann ich helfen streichen sowieso das badezimmer schön ich mag das gerne mit dem marmor pabel wird es jetzt zeigen mit bidet man kann dann das bd auch später mal rausnehmen und hier haben wir das hauptschlafzimmer es gibt hier ein kleines patio also ein kleiner lichtschacht nochmal ja auch könnte man auch terrasse nennen es ist keine terrasse ist einfach nochmal was man auch als stauraum legen kann um wäsche zu trocknen oder wie auch immer einfach nochmal ein bisschen platz und jetzt kommt noch ein kleiner joke dazu ihr kennt doch bestimmt alle den film von harry potter wenn harry potter der arme kerl wenn er unter dieser treppe wohnen muss und als ich diesen raum hier gesehen habe musste ich sofort an harry potter denken also hier ist noch mal ein kleiner raum die haben ein bett hier reingestellt keine ahnung vielleicht für ein kind oder für jemand der harry potter gerne mag kann ja auch sein ich weiß es nicht aber hier ist noch mal ein kleiner raum den man irgendwie auch noch mal anders gestalten kann ich würde hier raus zum beispiel in meinem fall würde ich hier raus ein kleines büro machen dass falls meine frau schon schläft dass ich sie nicht störe dass sie nicht hier zu machen kann dass ich hier arbeiten kann das wäre jetzt so was mir so spontan einfällt aber es gibt natürlich auch eine andere nutzmöglichkeiten ansonsten lässt man es einfach so wie es ist insgesamt die bausubstanz von los leandros ist sehr gut kann man nicht anders sagen es muss ein bisschen was gemacht werden aber auch nicht so wahnsinnig viel ich werde wie gesagt möbel austauschen und hier so dann das beste aus dem platz machen klimaanlage vielleicht auch austauschen das ist keine inverter die ist also auch schon ein ein bisschen älter das ist halt so klein kann man so eine immobilie kauft für diesen ort ist der preis von 106.000 euro ist das ein guter preis weil sie sind normalerweise doch noch eine ecke teurer hier mit parkplatz das sehr viel wert hier ein parkplatz gerade im sommer wenn alles voll ist mit leuten hat keine stellenmöglichkeit es ist ziemlich zugeparkt hier in diesem teil man muss da oben da kann man parken oben aber dann muss man zehn minuten ungefähr zu fuß gehen es gibt auch noch einen eingang von der oberen straße in diese urbanisation hinein genauso wie vom strand in diese urbanisation hat sowieso mehrere eingänge ansonsten ist das ein feines ding 106.000 ich glaube in diesen zeiten war das geld auch so unsicher ist ich wiederhole mich ich sage es ja immer wieder aber in diesen zeiten wenn selbst eine schwedische zentralbank jetzt geldfluss zufluss haben muss es ist besser das in immobilien anzulegen ich muss ein bisschen lachen aber es ist einfach so ich sagte ja schon seit jahren und nicht vergessen bitte einen daumen nach oben das hilft uns wirklich dass dieses video weiter gezeigt werden kann und deshalb vielen dank wir sehen uns bald und